Hallo meine Lieben und willkommen zu meinem neuen Vlog. Heute kommt der Vlog ein bisschen später. Wir sind 18 Uhr, heute ist Sonntag. Ich möchte jetzt meine Tante, meine Auge und meine Cousine zu besuchen. Deshalb kommt der Vlog erst ein bisschen später an. Aber ja, deshalb kommt der Vlog ein bisschen später. Und zwar mache ich wieder Schule. Nächste Woche schauen wir noch mal wieder Videos. Jetzt kommen wieder Videos wieder. Nächste Woche kamen ja so daraus Videos. Montag kamen ja keine Videos. Deswegen war ich da im Zirkus beim Projekt für heute Schule. Und deshalb soll ich keine Videos machen. So wird der Kopf immer das Verwirr dran. Also muss der Kopf immer das Verwirr durch einander kommen. Deswegen mit Aufgaben, das wird alles durch einander. Deswegen kommen keine Videos. Deswegen kommen ja heute Videos. Deswegen, ja gestern kommen auch Videos. Und der Kevin ist ja schon weg. Wir haben Apfeltasche gegessen. Das hat Vera selbst gemacht. Und das hat sehr lecker geschmeckt. Wir machen gleich eine Lasagne heute Abend. Und morgen ist ja Schule. Und dann ist ja vielleicht Montag, Dienstag, Mittwoch. Ich glaube, da muss ich ja zu meiner Tante gehen. Und zwar soll ich ja morgen ja natürlich auch hin kommen. Und deswegen soll ich ja morgen auch zu meiner Tante kommen. Ja, wir müssen auch gleich Abbrot machen. Und die Vera ist auch da. Alles ist da. Alles ist da. Und der Kevin ist schon weg von einem Freund. Der ist schon weggegangen. Und der kam in 6 Uhr weg. Und ich habe sehr, sehr lange meine Tante ausgelandt gerufen. Und die kam nicht gerade. Die hat gearbeitet, weil ich bin riesig lang. Und ja, deswegen. Alles so. Wenn ihr meinen Kanal abonniert. Wenn ihr noch gar nicht abonniert. Dann könnt ihr gerne das machen unter der Infobox. Oder das ist einfach kostenlos. Könnt ihr gerne abonnieren. Und ihr seid die Beste. Deswegen abonnieren nicht vergessen. Ihr seid die Beste. Und ich habe ja kurz eine Frage. Wer von euch würde jeden Tag abonnieren? Aber ich habe echt immer. Viele YouTuber, die hat ja schon jeden Tag Abos. Und ich würde auch gerne jeden Tag Abos haben. Deswegen möchte ich auch jeden Tag immer Abos nehmen. Deshalb möchte ich auch viele Fans haben. Deshalb brauche ich ja. Jetzt habe ich gerade noch keine Zuschauer-Treffen gemacht. Deswegen brauche ich ja eure Hilfe für euch. Deshalb brauche ich ja eure Hilfe für euch. Deshalb brauche ich ja eure Hilfe für euch. Deshalb brauche ich euch zu helfen. Deshalb brauche ich euch. Einfach kostenlos abonnieren. Und irgendwie seid die Beste. Und dann ja, ich freue mich schon. Ja, so was war es dann mit Lukas. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Da gibt es einen Daumen nach oben. Wenn du dich gefallen. Mach Daumen nach unten. Und abonnieren. Mein Kanal ist immer kostenlos. Und wir sehen uns wieder. Bis morgen wieder. Und wenn wir auch klären. Als Vlog. Und meine Freunde, ich freue mich alles. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Und tschüss. Bis morgen. Tschüss. 天 constitution. Musik manera.